Angriff auf alle Bodenstationen. Achtung, der Ordnungsschutz greift unterirdische Stationen an. Es kommen schon Flüchtlinge von Neus und Umgebung hier an. Wir scheißen. Station 8, hört ihr mich? Station 8, ist da jemand? Es wurden Mannschnitter gesichtet. Ich wiederhole, die schicken Mannschnitter hier runter. Was sind Mannschnitter? Ach. Yeah! Yeah! Und Ich springe ja schon, meine Fresse Hopp Ich hasse diese Dinger Ja Okay Okay Oh nein Oh nein Scheiße Wenn ich euch erwische da oben Ihr seid so derbe tot Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Pamm Jetzt reicht's Und jetzt geht's euch an den Kragen Yeah So kann's gehen Wenn's jemand wagt, sich mit mir anzulegen Das ging aber echt Erstmal nachladen und dann wieder Muni sammeln Das wird nötig Ich hab jetzt schon genug Muni für diese Pistole Ich bin gut Ja Schnapp dir mal das Ding Dann kann ich hier in Ruhe durch Und euch gebe ich das hier Das hat einen Grund Und zwar werde ich das gleich explodieren lassen Klettenbowling Oh scheiße Aber ein Leben einsparen War ich dann glaube ich noch nie so gut Du Arme Denen geht's nicht mehr gut Ach, wozu Leben einsparen Wenn's ihr Leben gibt Die einen vollfertig Gut auffüllen Das geil ist ja Man kann hier so wunderbar sehen Wolang die schießen Hm Ah Understand Hopp Oh 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 You can't do anything about me You can't do anything Du kannst nichts gegen mich ausrichten Hopp Hopp Ich weiß nicht wie weit ich heute schon komme Ich weiß es nicht Ach ja, das Rätsel Es ist eigentlich ein simples Physikrätsel Das glaube ich nur dazu gemacht wurde Um uns Spieler von der Physik in Half-Life zu beeindrucken Aber ich muss schon sagen Sie ist besser als in manch anderen Spielen Vor allem weil gegen Ende Da nochmal was richtig cooles dazu kommt Und zwar eine Richtig geile Physik Gun Also ähm Da stehe ich ja voll drauf Meine Fresse ist das schwer Der Vlog wegen Bubble Tea kommt übrigens auch bald Bald Was heißt bald Die Schule hat dann schon längst wieder angefangen Aber Egal Ein Vlog hat ja nichts mit Schule zu tun Und ich werde definitiv nicht mit Videos aufhören Nur weil ich Schule habe Deswegen nehme ich ja jetzt so extrem im Voraus auf Damit das Hopp Nicht so schlimm ist So wie machen wir das jetzt Wow Oh ja Was ein Glück man Okay Nachgeladen habe ich Wir haben noch Äh Ziemlich viel Schuss Die Fliegenzeit geht wohl auch vorbei Nö 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 Oh Der Arme Da ist wohl noch eine Leiche Das kümmert mich jetzt aber recht wenig Im Gegenteil Lambada Detektiv Das war eigentlich nur Falls man hier nochmal irgendwie was von braucht Brauche ich aber nicht Okay Dann weiß ich wo ich hin muss Nö 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 Meine Fresse Ich tue mich hier an Stellen weh An denen ich es eigentlich überhaupt nicht nötig hätte Komm du mal mit So Ja Vielen Dank.